Ulrich, ich bin's. Bist du wirklich? Ja. Oder bist du ein Engel? Bist du ein Engel? Du bist es. Ja. Bist du wo Michael ist? Katharina? Wie geht es mit Katharina? Warte. Was? Es fühlt sich irgendwie anders an, dich wieder zu sehen. Was? Wenn du heute wählen könntest. Zwischen Katharina und mir. Wenn du willst, was wählen? In der Zeit, in der wir zusammen waren, hast du... Ich... Ich hab versucht mich zu erinnern, ob du... Ob du jemals ich liebe dich zu mir gesagt hast. Wer dich liebt? Ich liebe dich noch immer. Hol mich hier raus, dann verlasse ich Katharina. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Er hat gesagt, ich brauche niemanden. Aber die Wahrheit ist... Ihr braucht mich nicht. Doch, doch. Ich brauche dich, Anna. Ich liebe dich. Du musst mich hier rausholen. Ich tue alles, was du willst. Hol mich hier raus. Bitte. Anna, ich liebe dich. Hörst du? Ich liebe dich. Anna! Bleib! Ich liebe dich! Du Scheiß, du Putze! Bleib! Bleib bei mir! Bist du mit. Dubibke